Tag der offenen Türbeilleux Couture am Freitag, 27. und Samstag, 28. März im Berufsbildungszentrum Willisand. Präsentiert werden Outfits und Accessoires, passend zum Frühling. Wie wäre es sich mit einem Gubli zu inspirieren und die aktuellen Trends und frischen Frühlingsfarben zu erleben? Erfahren Sie mehr über das Atelier, das die Mode genau nach ihren Vorstellungen designt. Luc Couture in Willisand und Luzern entwirft für Sie Ihr Wunschkleid nach Mass. Triumphieren Sie mit einer atemberaumenden Abendrobe, beeindrucken Sie beim Betriebsfest mit Ihrer Eleganz. Verblüffen Sie Partygäste mit Ihrem neuen Cocktailkleid, überraschen Sie an der Betriebssitzung mit Ihrem individuellen Style. Wäre es nicht schön, beim Ausgang Blick zu verführen? Erfolg und Kompetenz zu vermitteln bei Arbeit und Beruf, auch eine Sache der Ausstrahlung und nicht nur der Worte. Statt zu nehmen, was es hat, bei Kleider ab den Stangen, haben Sie hier die Möglichkeit, Ihre Wünsche anzubringen. Die passende Bluse zur Lieblingshose, der perfekt sitzende Schipp zum Oberteil. Wie wäre es mit einem neuen Sommerkleid im Look vom Handtaschli? Oder umgekehrt, das entsprechende Accessoire zum Doppier? Auch das finden Sie bei Luc Couture. Jeder Mensch ist anders. Sie haben Ihre eigene Persönlichkeit. Sie wissen, was Ihnen gefällt. Sie wissen, was Sie wollen. Jeder Mensch ist anders. Sie haben sprichwörtlich Ihre eigene Linie, Ihre eigene Masse. Luc Couture messt, bis es passt. Ändert, bis Ihre Figur gut zur Geltung kommt. Genau abgestimmt auf Ihre Masse. Kaschiert dort, wo es stört und betont dort, wo es lohnt. Stellen Sie Ihre Vorzüge ins rechte Licht mit individueller Mode aus dem Ausbildungsatelier von Luc Couture in Willisalp und Luzern. Verwendet werden hier hochwertige, natürliche Stoffe. Darauf arbeiten in akribischer Handarbeit angehende Bekleidungsgestalterinnen und Gestalter unter der fachkundigen Leitung der Rufina Heumer ihr Wunschkleid nach Mass. Oder wenn es einmal nicht mehr passen sollte, wenn es drückt oder zwickt. Oder wenn die Hose nach einer Diät nicht mehr sitzen sollte. Da wird es wieder passend gemacht. Verstehen Sie, nicht nur mit Ihren Kleidern zu beidrücken. Ein schönes Fular, die richtige Tasche, gehört dazu wie ein Töpfchen auf Sie. Luc Couture präsentiert dazu eine Handverles-Nuswahl an Hand- und Reisetasche von Peg Easy zusammen. Luc Couture spricht aber nicht nur Frauen an. Die Rufina Heumer überrascht mit einem Buse lesenden Angebot von Feilen Roben für den Mann. Und dazu ergänzend Gürt, Krawatte oder gar einen Hut. Am nächsten Freitag und Samstag haben Sie die Gelegenheit, Auszubildenden über die Schilder zu schauen. Erleben Sie den Modefrühlig mit allen seinen frischen Variationen und Kreationen im Schlossfeld beim Berufsbildungszentrum. Lassen Sie sich über die aktuellen Trends informieren und geniessen Sie die einmalige Atmosphäre im Kreis von Modebegeisterten aus allen Altersklassen. Rufina Heumer und ihr Team heissen Sie recht herzlich willkommen am Tag der offenen Töre bei Luc Couture in Willisau. Rufina Heumer und ihr Team heisst. Rufina Heumer und ihr Team heisst. Rufina Heumer und ihr Team heisst. Vielen Dank.